Ja, das ist die Mama, die gestern zu uns gekommen ist. Jetzt liegt sie da ganz friedlich. Ich bin ja gestern jetzt nicht so erfreut darüber, hier einzuziehen mit ihren Kids. Und dass hier so viele Menschen rumlaufen, viele Landführungsstrichen. Nicht nur eigentlich drei oder vier vielleicht maximal. Aber sie hat uns halt schon ganz deutlich zu verstehen gegeben, und hallo erst mal. Ich möchte euch hier bei meinen Kids nicht haben. Ist jetzt schon wesentlich entspannter. Also dass sie sich gestern irgendwie abgelegt hat und man einfach hier so nah am Zaun stehen konnte, das ging halt überhaupt nicht. Und ich möchte jetzt halt auch nicht unbedingt reingehen. Und da warten wir lieber noch mal einen Tag. Das macht die Eva bisher hier. Und wir machen erst mal ein bisschen Vertrautheit, ein bisschen auf Distanz. Und dann kann man morgen mal schauen. Was ist denn du da hinten ganz alleine? Hm? Hallo, hallo. Komm mal schnell. Sie hat gestern echt heftig reagiert mit Scheinangriffen, wo jetzt keiner irgendwie großartig testen wollte, ob sie tatsächlich bei Schein bleibt oder ob sie tatsächlich durchzieht. Hehe. Määä. Ihr Proppen, ihr. Mää. Ihr werdet auch ganz schöne Kaliber. Ja. Ganz schöne Kaliber. Hihi. Määä. Oh, süß. Och, Muttchen ist auch ganz schön fertig. Ganz schön müd. Ganz schön müd. Aber es ist ja auch anstrengend, ne? Mit sieben solchen kleinen, 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 großen Rackern. Das ist echt ein, echt ein bisschen. Schickes, schickes Mädchen. Ja, dann schauen wir mal morgen. Schickes,